Der Landkreis Freiburg war ein Landkreis in Baden-Württemberg, der im Zuge der Kreisreform am 1. Januar 1973 aufgelöst wurde. Geografie Lage der Landkreis Freiburg lag im Südwesten Baden-Württembergs. Geografisch hatte der Landkreis Freiburg überwiegend Anteil an der oberrheinischen Tiefebene und am Schwarzwald. Der Kreissitz Freiburg im Breisgau lag etwa in der Mitte des Kreisgebiets, gehörte jedoch selbst nicht zum Landkreis Freiburg. Nachbarkreise Seine Nachbarkreise waren 1972 im Uhrzeigersinn beginnend im Norden Emendingen, Hochschwarzwald, Lörrach und Müllheim. Im Westen bildete der Rhein die natürliche Grenze zu Frankreich. Geschichte Das Gebiet der späteren Landkreises Freiburg gehörte vor 1800 zu verschiedenen Herrschaften, darunter Österreich, Markgrafschaft Baden und das Fürstentum Fürstenberg. 1805 bzw. 1806 kamen die vormals österreichischen und fürstenbergischen Gebiete an das Kurfürsten bzw. 1806 Großherzogtum Baden, das zunächst mehrere Ämter, darunter die Ämter Breisag, Freiburg und Staufen, die sich im Laufe der Geschichte mehrmals veränderten und zum Landeskommissärbezirk Freiburg gehörten. 1924 wurde das Bezirksamt Breisag aufgelöst und seine Gemeinden wurden überwiegend dem Bezirksamt Freiburg zugeordnet. 1936 wurde das Bezirksamt Freiburg nochmals um Gemeinden der aufgelösten Bezirke Staufen und Waldkirch erweitert. Es gab jedoch einige Gemeinden an den Bezirk Neustadt ab. 1939 erhielt der Bezirk Freiburg die Bezeichnung Landkreis Freiburg. Nach der Bildung des Landes Baden-Württemberg 1952 gehörte der Landkreis Freiburg zum Regierungsbezirk Südbaden. Durch die Gemeindereform ab 1970 veränderte sich das Kreisgebiet in drei Fällen. Am 1. September 1971 wurde die Gemeinde Lehn, am 1. Dezember 1971 die Gemeinde Opfingen und am 1. Juli 1972 die Gemeinde Waltershofen in die Stadt Freiburg im Breisgau eingegliedert und verließen somit den Landkreis Freiburg. Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 wurde der Landkreis Freiburg aufgelöst. Seine verbliebenen Gemeinden gingen zunächst komplett im neu gebildeten Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald auf, der damit Rechtsnachfolger des Landkreises Freiburg wurde. Doch wurden im Zuge der Gemeindereform noch weitere fünf Gemeinden des ehemaligen Landkreises Freiburg in die Stadt Freiburg sowie weitere drei Gemeinden in Gemeinden des Nachbarkreises Ermendingen eingegliedert und verließen somit den Kreisverband. Einwohnerentwicklung Alle Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse Politik Landrat Die Oberamtmänner und Landräte des Bezirksamts bzw. Landkreises Freiburg 1803-1972 1810-1819 Franz Molitor 1810-1820 Eduard Wund 1820-1843 Josef Wetzel 1843-1851 Gustav Jägerschmidt 1851-1856 Josef von Chrismar 1856-1864 Karl Hippmann 1864-1865 Jonathan Winter 1866-1874 Karl Haas 1874-1877 Eduard Engelhorn 1877-1890 Maximilian Stößer 1890-1896 Leopold Sonntag 1896-1899 Adolf Föhrenbach 1899-1919 Albert Mut 1919-1924 1924-1924 Karl Hörst 1924-1927 Paul Schwörer 1927-1928 Gerhard Wolf 1928-1932 Gustav Wörle 1932-1933 August Pfützner 1933-1945 August Pfützner Heinrich Groß 1945-1947 Manfred Pfister 1947-1953 Franz Schüli 1953-1968 Alfons Oswald 1968-1972 Emil Schill Wappen Das Wappen des Landkreises Freiburg zeigte in von rot und gold gespaltenem Schild vorne einen silbernen Balken, hinten einen roten Schrägbalken, in goldenem Herzschild einen rot bewährten schwarzen Adler mit rotem Brustschildchen, darauf ein silberner Sechsberg. Das Wappen wurde dem Landkreis Freiburg am 8. Mai 1957 vom Innenministerium Baden-Württemberg verliehen. Die beiden Schildhälften symbolisieren die ehemaligen Herrschaftsgebiete Österreich und Baden. Der Adler wurde dem Wappen der Stadt Breisach entnommen, die der Landschaft Breisgau den Namen gab. Das Wappen wurde in einfacherer Form vom neuen Landkreis Breisgau Hochschwarzwald übernommen, der es am 2. August 1974 verliehen bekam. Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr durch das Kreisgebiet führte von Nord nach Süd die Bundesautobahn 5 Karlsruhe-Basel. Ferner führten die Bundesstraßen 3 und 31 durch das Kreisgebiet Städte und Gemeinden. Zum Landkreis Freiburg gehörten ab 1936 zunächst zwei Städte und 75 Gemeinden. Am 7. März 1968 stellte der Landtag von Baden-Württemberg die Weichen für eine Gemeindereform. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden war es möglich, dass sich kleinere Gemeinden freiwillig zu größeren Gemeinden vereinigen konnten. Den Anfang im Landkreis Freiburg machten am 1. Januar 1970 die Gemeinden im Glottertal, die sich zur neuen Gemeinde Glottertal vereinigten. In der Folgezeit reduzierte sich die Zahl der Gemeinden stetig, bis der Landkreis Freiburg schließlich 1973 aufgelöst wurde. Die größte Gemeinde des Landkreises war Breisach, die kleinsten Gemeinden waren Scherzingen und St. Wilhelm. In der Tabelle stehen die Gemeinden des Landkreises Freiburg vor der Gemeindereform. Die Einwohnerangaben beziehen sich auf die Volkszählungsergebnisse in den Jahren 1961 und 1970. Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen Frau zugewiesen. Es wird im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in der kreisfreien Stadt Freiburg im Breisgau durchgängig bis heute ausgegeben. Kfz-Kennzeichen Kfz-Kennzeichen Kfz-Kennzeichen